Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag. Heute ist der 12.07.2020 und es ist 10.43 Uhr. 10.43 Uhr. Ich habe heute richtig lang geschlafen. Um 6.30 Uhr war ich kurz wach. Und dann wieder um 9.20 Uhr oder so. Oder 9.30 Uhr. Es ist super ruhig heute. Es ist kein Lärm, kein Gerenne, kein Geklopfe, kein gar nichts. Es ist wunderbar. Ach, ich bin so glücklich. Ja, also bin jetzt seit einer knappen Stunde wach. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. War im Bad, werde gleich frühstücken und um 14 Uhr geht es ja dann mit dem Stream los. Ich war ja gestern noch der Meinung, ich würde heute vielleicht nochmal wandern gehen. Aber aufgrund der Tatsache, dass meine Füße, meine Waden und meine Po-Muskeln oder was da unterm Po an Muskeln ist, so ein bisschen wehtut. Ja, dachte ich mir so, ach komm, machst du heute einen Larry und schläfst ein bisschen aus. Und weil normalerweise wäre ich jetzt, glaube ich, schon unterwegs, damit ich dann zu 13 Uhr wieder zurück bin. Aber ja, wir waren gestern, glaube ich, 15, 16, 17.000 Schritte unterwegs, 12 Kilometer, sind es in 2 Stunden 59 gelaufen. Es war sehr schön. Es war viel Wald und ein bisschen See. Also man hat so ein bisschen Wasser gesehen, aber wir waren mehr im Wald als außerhalb oder am Ufer. Hier und da hat man, wie gesagt, mal Wasser gesehen und es war echt angenehm. Also wir sind gut durchgekommen. Leider ohne Pausen. Auch mehrmaliges Hinweisen auf irgendwelche Bänke, wo man sich hinsetzen kann, wurden gekonnt, ignoriert. Es hieß immer, ja, weiter, weiter. Wir sind in diesen drei Stunden nicht einmal stehen geblieben. Also vielleicht mal kurz, um was zu trinken oder um zu warten, dass Benni seine Verpflegung aus den Behältnissen rausholen konnte. Aber ansonsten sind wir eigentlich schnurstracks durchgelaufen. Die Strecke ist mit 3,12, 3,13 irgendwie bemessen. Ja, wir sind drunter geblieben, aber wie gesagt, auch nur, weil wir keine Pause gemacht haben. Das nächste Mal bin ich dafür, dass wir vielleicht einmal so 5 Minuten uns irgendwo hinsetzen und vielleicht die Augen zumachen und ein bisschen durchatmen. Wobei auf der einen Bank ging das nicht so gut. Da kam dann ein Herr dazu, der recht stark nach Alkohol roch. Das war ein bisschen seltsam. Und dann hat man noch ein Zusammentreffen mit einer Frau, einer älteren Dame, die sah, dass Benni auf sein Handy schaute und dann rumpöbelte. Du kannst dein Spielzeug hier gleich mal wegstecken. Wo ich mir so dachte, uh, krass. Und dann war es aber auch schon an uns vorbei. Und das waren so die zwei nicht so schönen Momente. Und ansonsten war es, wie gesagt, sehr angenehm. Danke nochmal an Benni und Leon für die Zeit. Fürs Hinfahren und Zurückfahren. Ich bin gestern, wann bin ich los? Hier um 9 mit dem Rad zu Benni. Da sind wir mit dem Auto dahin. Über die B96. Und wir haben, glaube ich, dreiviertel Stunde gebraucht oder so. Und Zurückzug genauso. Und dann waren wir noch drei Stunden unterwegs. Also fünf plus die jeweils 20 Minuten Fahrrad. Also fast sechs Stunden war ich unterwegs. Um 9 bin ich los. Und um 15 Uhr etwa war ich wieder zu Hause. Ja. War ein schöner Spaziergang. Naja, eher eine Wanderung. Ja, Leon und Benni müssen sich jetzt irgendwie Wanderschuhe organisieren. Damit sie dann auch durch Stock und Stein damit laufen können. Also Benni meinte das gestern, glaube ich, auch, dass er durch die Sohle die Steine merkt. Und die Erfahrung habe ich, wo ich mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter und ihrem Freund, sorry, auf der Insel unterwegs war. Da habe ich das auch gemerkt, dass ich durch die dünne Sohle der Straßenschuhe, die Steine und Äste und was auch immer gemerkt habe. Aber mit den neuen Wanderschuhen, die ich jetzt habe, die haben eine sehr massive und sehr griffeste Sohle, habe ich halt nichts vom Untergrund gemerkt. Und das war echt gut. Konnte ich also auch mal krassere Wege laufen oder durch Pfützen oder über Äste drüber trampeln, ohne dass mein Fuß was davon mitbekommen hat. Ja, das ist es erstmal jetzt von mir. Es ist, wie gesagt, Sonntagmorgen geht die neue Arbeitswoche los. Mal gucken, wie es so wird nächste Woche. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sonntag noch. Wenn ihr mögt, schaut gerne gegen 14 Uhr auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da geht es dann weiter mit Days Gone. Ich muss gleich noch das Internet umstecken, muss ich daran denken, nicht, dass ich dann nachher sitze und dann los geht's. Und dann geht nichts, das wäre ja peinlich. Ja, jetzt erstmal Frühstück und in diesem Sinne, habt einen schönen Sonntag, vielleicht bis später oder bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Langsam reden soll helfen. Also, bis dann. Tschüss.